Modernste Technik für 15 Millionen Euro auf nur 22 Quadratmetern. Die Rede ist vom neuen zentralen Operationssaal im Klinikum Oldenburg, der nach vier Jahren Bauzeit nun endlich in Betrieb genommen werden kann. Also es ist eine Menge natürlich an modernem Hightech hier verbaut. Einen ganz erheblichen Anteil nimmt natürlich jetzt die Hightech-Situation der Anästhesie in Anspruch. Das ist zum einen Patientensicherheit, die dadurch gewährleistet wird, durch modernes Monitoring, was Sie hier im Hintergrund auch sehen können, durch moderne Beatmungsgeräte, mit denen man sowohl den kleinsten Säugling ab 500 Gramm Körpergewicht bis zum übergewichtigen Erwachsenen mit 250 Kilogramm Körpergewicht sozusagen beatmen und dann auch operativ versorgen kann. Aber nicht nur den Anästhesisten wird die Arbeit künftig erleichtert. Auch das gesamte chirurgische Team profitiert von modernster Ausrüstung. Denn für Operationen, die möglichst kleine Schnitte erfordern, braucht es eine ganz spezielle Technik. Geräte für die minimalinversive Operation, dazu gehört der Verstärker, den wir dort hinten stehen haben, mit der Kameraeinheit, der Kaltlichtquelle und dem Monitor verbunden mit einem PC, worüber wir die Daten nicht nur klinikintern, als auch weiterschicken können. Wir brauchen den Bildwandverstärkler, um Knochengewebe darzustellen und beurteilen zu können, wie sehen die Frakturen aus. So kann jeder operative Eingriff mit einer Minikamera begleitet werden, deren Bilder für das gesamte Team auf einem Display sichtbar sind. Modernste Lichttechnik ermöglicht es sogar, die Lichttemperatur an das zu operierende Gewebematerial anzupassen. Aber nicht nur die Klinikmitarbeiter profitieren von der neuesten Technik. Auch die Patienten können besser versorgt werden. Hier die Maßnahmen, den Patienten Komfort zu erhöhen, dazu gehört es insbesondere, die Auskühlung des Patienten zu vermeiden. Mit modernen Wärmemanagement-Systemen, wie zum Beispiel einem konvektiven Wärmegerät, also hier wird quasi warme Luft um den Patienten geblasen von diesem Gerät, sodass man ganz kontrolliert den Patienten praktisch auf einer bestimmten Temperatur während der Operation auch halten kann. Auch Infusionen können vor der Verabreichung an den Patienten auf Körpertemperatur erwärmt werden. Neben der Sicherheit der Patienten gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt, über den sich das Ärzteteam besonders freut. Auch die Ausbildung der dann jetzt neuen Generation, die wir auch in Oldenburg ja ausbilden, mit der EMS, mit der European Medical School zusammen mit der Universität, wird dadurch profitieren, dass wir jetzt entsprechende Kameraausrüstungen haben, entsprechend die Eingriffe auch schon den Studenten und Lernenden hier entsprechend nahe bringen. Denn schließlich rettet selbst die beste Technologie allein noch keine Menschen neben.